Ooooooooh Piggy, ähm, start... Ach, hast du deine Aufnahme auch schon gestartet? Hab ich gar nicht gemerkt? Okay... Nein! Jetzt bist du mal der Belohnung! Ooooooh! Oh, die Belohnung! Oh, ich bin tot! Gailo! Nehme ich mir trotzdem... Ich will kein Klingelton! Oh, warte mal, ich hab fast vergessen! Jo. Ich müsste mal kurz ... Da, 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 zack. Ich hatte mich die letzten Tage jetzt mal den Ton ausgeschaltet, damit ich schon Kopfhörer hören kann. Also Musik hören kann während des Spiels. Oh, hallo, wer ist das? Namenlos. Okay, hallo, Namenlos. Hallo, Namenlos. Schilderen Namen hast du. Find ich auf. Dir, Philipp. Das hilft nicht gegen mir. Namenlos machst du ja nicht. Ich hab mal gesagt. Ja, ja, ja. Ah, los, wer ist das für dich? Diese Eier. Hallo. Hallo. Hey, wieso ist das denn? Das ist der Beste. Das ist ein Brett. Aber es ist ja nur null Siege. Offizier. Ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal. Der hat eine schöne Bombe außerdem, finde ich. Wann machen wir das? Haben wir doch schon. Nein, weil wir das Video machen. Oh. Äh. Morgen. Okay. Ne, wann wir Lust haben, hallo. Das ist doch... Das ist erst, was wir machen uns zu planen, wann wir Videos schneiden. Hey, gerade ich in meinem Plan nicht. Nein. Angewohnheit. Oh. Äh. Du. Ist gar nicht von mir im Feuer. Ist mir doch egal. Was? Wie bist du dahin gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Uuuuuh. Herr namenlos, denken Sie ernsthaft, ich sterbe durch so einen Scheißdreck. Danke, Piggy, dass du mir den nervigsten Fluch für mich gegeben hast. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Ich habe 7331 Münzen, aber ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Da war eine Polin gerade bei uns. Ja, die hat sich direkt zu einem Suizid begangen, hat sich. Warte, ich will die Morgen nicht sehen. Okay. Und ich tue ein bisschen angeben. Doch! Nein! Viel Spaß, ihr Opfer. Der sperrt mich ein. Viel Spaß, ihr Opfer. Ich bin so los. Das ist aber spät bemerkt. Du bleibst da bloß stehen. Oder so, kannst auch machen. Gut, dass du seine Steuerung umgedreht hast. Mach das, viel Spaß. Arschloch. Nein. Jetzt habe ich nicht dich gemeint. Au! Gigi. Nichts awesome. Hier ist kein awesome. Hier ist kein Problem. Ich tue das, was da muss ich mir umgehen, oder? Ich tue das oder es ist, mich anzupack! Mann, ich tue das. Was hier ist mein Name? Ich tue das. Das ist mein Name zu rein. Ja, ich tue das. Ich tue das. Danke. Ich weiß nicht, dass du den Schmerz hast. Fress mich unbedingt so. Schimpf, jetzt hat mich. Run. Au. Ich will, du bist für den Run. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Nein! 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 Das hat keinen Namen los. Ich bin Major. Ich werde dich. Ich bin Julians Licht. Lieutenant. Du bist Lieutenant Piggy LP. Danke, er hat mich nicht geopfert. Ich schreib ihn noch Danke. Ja, ja, ich bin nicht geopfert. Aber jetzt kommen wir eine Menge für diesen Dinger rein. Ich hab ihn so oft gesehen. Ich hab ihn so oft nicht. Halt. Sie sind noch ungebracht irgendwie. Also entscheidet sich mit der Meinung, dass sie ihn ungebracht haben. Rauch, Bombe. Bom! Hey, wieder Rauch, Bombe. Ich sah eine Belohnung ein. Und jetzt spreng ich dich nie los. Mann, hau, ich brauchst du den Namen los. Mann, hau, ich weiß nicht, der ist mehr. Jahahuuu. Nice! Er hat die Roboter-Story doch gespielt. Ich nenne einfach meinen Namen, okay? Nein. Oh nein. Okay, Shady. Wie darf ich dich nennen? Wenn du wüsstest, was ich gerade eingesucht habe. Nein. LOL. Du hast nur Punkte verloren. Ich hab 2000 Punkte, fett mir gerade ein. Das sind keine Punkte, das ist Geld. Wärst du 2000 Punkte, wärst du noch nicht mal Lieutenant. Warum kommt niemand sonst? Ich bin nicht schade. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir in der Baumschule sind. Niemand ist in der Baumschule. Wenn, dann du. Hab ich doch ges... Nein, der hat eine Fliegerbombe. Nein. Wartet, wartet, wartet. Nein. Ich bin nicht. Nee, 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 nee. Hast du nicht gemacht. Wieso haben wir so schlecht empfangen, wo wir eigentlich guten Empfang haben? Nein. Hallo. Ich bin ein Beobachter. Hallo, bitte nix machen. Nein, ich send dir einfach aus. Nein! Ja? Wie ist der los? Ganz knapp! Ey, wo ist Ossim? Ja, wurde ich vorhin auch gefragt. Ich hab eh ein bisschen Ossim genommen, der Name ist namenlos. Ich hab auch gefragt, wo er wurde, wo das Ossim ist, aber er hat mir nicht beantworte, die Frage. Hast du dich beschrieben? Nee. Nö. Beantwortet werde ich nicht hören. Oh, willst du das wissen? Der Chat wird gelöscht, damit man die Gruppe verlässt. Das ist nicht beschrieben. Ja! Ahaha! Nein! Ich hab's euch! Ich hab's euch! Ich hab's euch! Das war Teamplay. Au. Ah! Ah! Nice! Du hast mir geschrieben, dass du mich hasst! DER DING! Ich hab's nicht. Ich hab's nicht gesehen. Brüdern! Nein! Nee! Nein! Nein! Nee! Kein Punkt mehr! Nein! Nein! Bye! ich kenne euch alle nicht wer seid ihr hey wo ist der andere hin wo ist der andere hin gerade nicht dafür müsstest du mir die auch damit zeigen ich kann es doch mal einfügen beim schneiden gg ich bin kein egoist du weißt nicht was ego ist heißt dass du mich so beleidigt was heißt egoist helfe dich ach du scheiß mit mir tot ja ich habe alle in luft gesprengt ich habe alle umgebracht noch mal halt die fris herr namenlos komm her durch loch ich habe solche alle wusste doch dass seine strafe die für schlechte verlierer wenn man raus geht mittendrin im spiel dann kriegt da andere spielen die strafe derjenige der rausgegangen ist natürlich ja klar hey 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 ich gehe jetzt zu Magic Mike oh scheiße scheiße Jaja macht euch gerne beide fertig da oben Gewonnen Nice Guck mal deine Kleidung an Lauter Deutsche Guck mal meine Kleidung an Bin ich nicht wunderschön? Wo bist du? Ah, du bist rosa Was hast du an? Keine Ahnung, er hat 2000 hier gekostet Guck mal was ich an habe Ich hab ne Lederjacke verdammt nochmal Ich bin nötig Ja, und die hat 10.000 gekostet Und jetzt war das Parapart irgendwas jetzt hier Brrrr 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 Willkommen zu meinem neuen Part Heute spielen wir Koke Gigi Brrrr Immer noch unser Together Brrrr 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 Neuer Awesome Brrrr 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 Und warum wollen wir dann Ich mach wieder einen Raum Brrrr Ja Brrrr Ja, aber da ist mir nicht gezielt drin Wir gehen da einfach mal in das Turnier rein Brrrr 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 Die Turniere geht um Geld, wieso gibt ihr denn Geld aus? Seid ihr blöd oder sowas? Ja. Das haben wir schon längst gesagt. Nein, meine Steuerung ist falsch rum jetzt. Danke, ihr habt geschätzt, der Mord ist. Danke. Da ist einer Rekrut. Wow. Fick dir die Arsch, Wichser. Rot ab. Stirbt allesamt ganz langsam und qualvoll. Ich mach ein One gegen One gegen. Wie heißt der? 1-0-1-0-1. Ist der? Tod den Anders. Tod dem Ming. Nein, Tod den Anders. Gewonnen. Easy. Tod dem Ming. Gigi. Gigi. Ich bin erster. Nicht. Großvater. So, dann mach ich noch das eine Turnier fertig und dann kann ich anfangen zu schneiden, weil jetzt bisher müssen mein Video 18 Minuten oder so lang sein. Oder 19. Auf jeden Fall keine 20 wieder oben draufsteht, weil ich hab mir vorgenommen, etwas mehr zu schneiden. Hoffentlich erinnert mich auch an alle Stellen. Mein Video von gestern an. Wer es nicht angesehen hat, guckt es an. Das war total lustig. Was denn? Ach so. Mein, mein. Ja. Gewonnen. Meinst du die super random App? Ja. Ja, der war cool. Der hat der Pikisulizid begangen. Hat aber gedauert. Ich komm nicht raus. Ich sag, hallo, will ich spielen. Hi. Ich bin noch nie fertig. Ich will erst meine Belohnung sehen. Scheiße, ich bin ja lauter Profis. Lauter Veteranen. Oh, scheiße. Du bist immer noch da, oder? Hoffentlich sind gleich die drei Runden fertig. Los. PS4 und Teufel. Es ist bald zu Ende. Da ist 666. Wie soll ich ihn anders nennen? Außer Teufel. PS. PGLP. Schneide gerade Video. Oder schaut YouTube. Nice. Ach, verreckt doch allesamt. PGLP. 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 Moshihoi. Scheiße. PGLP. PGLP. Good Game. Meine Güte Wie lange dauert dieses winzig Hallo, wie viele Runden hat dieses Turnier Loll Wie lange dauert dieses Turnier 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 ...leside 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 ...leseide ...leside meine Güte, ich hab mehr als geliehen Geld jetzt. Wer bist du? Ich glaube, er hat all seine Punkte nur durch diese Turniere gewonnen. Oh, nice. Gewonnen. Easy. Erster. Gigi. Hä? Bis bald.